Also, Sven, woher, wie alt? Herr Hartzburg, 42 Jahre, 43 Jahre mit der Superfrau verheiratet. Aber 51 Jahre, Leute, das ist ein anderer Applaus, da kommt! Schatz, ich liebe dich! Das hast du sehr gut gemacht, das wird ein guter Abend für dich. Ich hab das Gefühl, aber ich mach den hier nur noch besser, du übersetzt natürlich die Chance, diesen ganzen Frust, dass du jetzt hier sein musst, bei mir auf dem Konzert und eigentlich gar keinen Bock hast. Guck mal, musst du fahren? Er hat noch ein Bierchen oder Apfelschotten? Wie schön, die Polizei ist ja eh hier, die will uns ja auch hier sein. Die liebste Braunschweiger Polizei steht hier und regelt den Rückstau, deshalb kannst du ein Bierchen trinken, wir werden nicht die anderen, wir werden unseren Turbus anhalten, weil wir haben nur vom Bierchen im Turbus, die Schwester. Was die alles in ihren Koffern haben! Moritz! Okay, Sven, Bierchen und ein Schnaps, viel Flummen. Meinst du, du hältst dann durch, sechs Stunden lang, Erding? Okay, ja, okay. Aber hier geht nichts komplett umsonst, ne? Wir müssen jetzt einmal, für alle Unfreiwilligen, die hier sind, müssen die Fahne hochraten, wir müssen einmal diesen Song singen, zwei Worte, so schön, wahnsinnig anspruchslos, eben noch einmal vor, und dann den ganzen Schmerz, so richtig schön aus der Hose raus. Bist du bereit? Ja! Du singst. So schön! Und du? So schön! Ehre gerettet für alle Männer, hier sind deine Getränke und du kommst runter, ne? Und weißt du was, ich hab gerade gesehen, ich stolze auf der Bühne und wusste gar nicht, dass ich sowas hab, ne? Aber du tust mir ein bisschen leid, Sven, aber ich seh gerade, es gibt sogar Johannes-Eury-Fußmann. Diese Fußmann, die bleib ich hier mit. Die 44. Halbzeitzeit. Bierschen kann man nicht. Helbanschart. Einfach mal zu. Wenn ich hier hochspinke, das sieht wahnsinnig unruhig aus. Das sind übrigens Happy. Applaus für Happy.